Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss Sie Ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe Ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Hauptenergie offene, sämtliche Zugänge sind aus der Gefahr. Hauptenergie offene, sämtliche Zugänge sind aus der Gefahr. Hauptenergie offene, wotten Sie nicht. Hup-Energie, Offline. Sendliche Zugängnisse, Panzerbetrieb. Hup-Energie, Offline. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer. Das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ich glaube an Ehrlichkeit. Insteckend. Die Dämonen. Das ist alles wahr. Jetzt. Wir werden einmal weggehen, die Dämonen an den Sitzern in der Welt. Das liegt dann auch in der Welt. Ich glaube an Ehrlichkeit. Und das... ...Letzt! Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem... ...weil das... ...weil unser Leben. Dämonen präsent gefährlich hoch. Abregeln abgeschlossen. ... ... Das war's für heute. Der Monopräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Abregelung aufgehoben. Abregelung aufgehoben. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herrler. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erfordert haben? Fragen Sie die Vorsitzenden. Zugang verräumt. Während der Sicherheitsfreigabe erforderlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.